Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Nein, mit N. Mit N. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Stimmt das? Hä? Nein. Ganz sicher? Sicher. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Nee, stimmt nicht. Doch. Wenn es vielleicht um... Nein, was labere ich da? Ich wollte sagen, wenn es umgedreht ist, ist B, aber das ist irgendwie voll komisch, was ich gesagt habe. Ich weiß es nicht. Nochmal, ich sage es nochmal ganz deutlich. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten schreibt man mit H. Stimmt das? Ja, vorne schreibt man mit B. Nein, was? Berlin schreibt man vorne mit B. A vorne mit F und hinten mit H? Oder was? Ich checke das nicht. Geil? Nicht ganz nochmal. Berlin schreibt... Ich kann das nicht. Ich schwöre, ich kann das nicht beantworten. Und ich meine das vollkommen ernst, auch wenn du es hunderttausendmal wiederholst. Noch ein einziges Mal. Berlin schreibt man vorne mit B. Ja. Und hinten mit H. Aber mit hinten mit H schreibt man doch nicht mit Berlin, sondern mit N hinten. Was? Nochmal verliebt. B. E. R. L. I.